Ein Spartenkanal sind wir ja, wie ihr. Aber wir sind erfolgreich, ja. Doch, drei Klicks die Woche. Wenn, sagen wir so, wenn im Raum steht, dass irgendjemand dumm genug ist, ein Budget zur Verfügung zu stellen, das mal wieder irgendwie von der Steuer abgeschrieben gehört, dann überlegen wir, wann wir denn mal ein paar Tage Zeit haben, alle zusammen uns irgendwo eine Woche zu treffen. Was nicht einfach ist, weil wir gehen uns eigentlich aus dem Weg normalerweise. Alleine schon mal irgendwie alle an einen Ort zu, also da wird schon Produktion, also das sind schon Monate. Da gruselt es uns schon. Und meistens ist es dann doch, dass irgendeiner sich im letzten Moment die Hand bricht oder Kinder kriegt oder ich weiß nicht, was für ein Scheiß da passiert. Gott sei Dank. Und dann wird es wieder verschoben. Dann macht man so, jeder, was er denkt, was wäre, das wird dann natürlich aufgenommen, damit man sich das probieren hören kann. Also wird eine Woche gearbeitet und dann aus dem meistens, 30 Stücke, genau so circa 30 Stücke in zwei Tagen, Ich würde das eben nicht nennen, sondern so Mist für 30 Trecks oder so erstmal. Da bleiben dann acht kleben oder so. Schlecht. Da wird aber auch wirklich jeder Pups zwei Töne hintereinander werden, das schon so ein Stück erklärt erstmal. Weil wir uns ja ungekehrt sind. Ich habe Ihnen noch diese Nummer gemacht. Bum, 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 bum. Und meistens braucht man dann eine zweite Gruppentherapie. Diesmal in landschaftlich schöner Umgebung und so. Genau, genau. Da, wo es inspirierend ist und wo mal die, die es nötig haben, auch baden können im See. Und da sind dann die, da sind dann die, da sind dann die, da sind dann die Surfstücke. Und da wird das dann zusammengedampft von, von 30 Unhörbarkeiten auf 15 oder 18 oder was auch immer, so eine auf jeden Fall eine überschaubare Menge. Und das passiert dann aber auch meistens erst dann, wenn zum Beispiel in dem Falle jetzt wieder mal, das erste Mal überhaupt und zum Glück auch, wenn Moses eben auch gesagt hat, ja, macht mal, ich habe auch Bock drauf, wir machen wieder was und das geht schon und so. Und davon, also, dann kriegt er das vorgespielt und wir sitzen und da, uns gefällt das, uns geht's gut. Und in den 14 sind dann 11, uns dann geschafft. Und dann gehen wir das aufnehmen, als dritten Schluck sozusagen. Nicht die fremden Angst, sondern der fremde Klang. Das gibt es noch nicht wirklich lange. Ich höre meistens Bossa Nova oder Jazz zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist fremd, die Musik, also, die eigene. Hat Moses gesagt. Ist ja einfach generell strange. Es hat sich wieder nicht positiv weiterentwickelt. Jedes Mal. Genau, wir sind ja schon lange fremd. Fremd in der Fremde, äh, fremd in der Heimat, fremd im Rheinland. Ich komme mit meinem Latin nicht durch da. Es ist irgendwie soffnungslos. Wir sind ja nun mal irgendwie... Noch nicht mal Berufspacken. ...ein Minderheitenprogramm. Graue Bier für Melden regieren diese Welt, es geht voran. Graue Bier für Melden regieren diese Welt, es geht voran. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Aber, ähm, na, es tut sich ja nichts. Und, ähm, aber das geht ja schon seit, äh, mindestens 6000 Jahren so. Oh mein Gott, die Geschichte aus dem Volk, das sind wir manchmal fassen in zwei Sätzen. Auf jeden Fall, in all diesem Gedöns steht drin, letztendlich, wer zahlt am Schluss? Wir. Und wer sagt das ein? Die. Also. Jemand arbeiten? Nee. Wir ruhen am 7. Denn siehe, es war gut. Mach den Weg frei! Blubstar! Mach den Weg frei! Mach den Weg frei!